Heute schauen wir uns mal einen sehr interessanten ETF an, und zwar den Vanec Vectors Video Gaming & E-Sports ETF. Und der ist nicht nur was für Gamer, sondern auch für Leute, die generell auf der Suche nach einem interessanten Trend sind. Und das schauen wir uns heute mal im Detail an. Ich persönlich bin mit dem Video Gaming groß geworden und deswegen ist wahrscheinlich auch eine persönlichere Note dabei. Aber natürlich möchte ich das trotzdem alles rational betrachten und euch die Vor- und Nachteile ganz normal aufzeigen, wie in meinen bisherigen Analysen auch. Also viel Spaß dabei. Wir starten nämlich mal direkt rein. Mit dem Index, der nachgebildet wird, und das ist der MWIS Global Video Gaming & E-Sports Index, ist ein globaler Index. Und dort geht es einfach darum, dass die Unternehmen mindestens 50% des Umsatzes aus dem Bereich E-Sports oder Gaming machen. Im Endeffekt ist das aber auch kein Fokus nur auf diese Software, die man vielleicht hat, sondern auch der Fokus auf die Hardware dahinter. Weil es gehört ja immer zu den Videospielen auch ein Rechner dazu oder eine Playstation, auf dem das gespielt wird zum Beispiel. Und das sind Einzelkomponenten von Relevanz. Wie zum Beispiel die Halbleiterindustrie, die halt dafür bestimmte Komponenten zur Verfügung stellt, dass halt dieses ganze System ineinander funktioniert. Also es ist wirklich nicht nur auf die Videospiele bezogen, sondern auch auf alles, was dahinter steht. Das Interessante an der Software ist natürlich, dass es ein skalierbares Geschäftsmodell ist. Also wenn du einmal ein Computerspiel erstellt hast, dann müssen sicherlich hin und wieder noch ein paar Anpassungen gemacht werden. Aber du hast jetzt keinen viel größeren Aufwand, wenn es 100.000 Leute sich runterladen anstatt nur 10.000 oder eine Million anstatt nur 10.000. Deswegen Skalierbarkeit und Gewinnmarge und Potenzial ist dort halt extrem groß in dem Bereich. Schauen wir uns mal die Performance an. Dort sind wir seit einem Jahr bei 62%. Also auf jeden Fall eine sehr solide Entwicklung. Hat natürlich auch von Corona profitiert, dass sich die Wertentwicklung einfach so gut dargestellt hat. Weil ja jeder ein Stück weit Geld zur Verfügung hatte, was er nicht anderweitig ausgeben konnte. Plus viel Zeit zu Hause verbracht, dann kommt eins zum anderen und meistens investiert man dann doch mal in so ein Videospiel. Was natürlich diese Branche ein ganzes Stück weit nach vorn gebracht hat. Seit Auflage sind wir bei einer Wertentwicklung von 107%. Also wir sehen hier wieder die ganz klassische Entwicklung bis zu Corona. Hat er 35% Wertentwicklung gehabt. Dann ist er kurz eingesackt, weil halt eine extreme Unsicherheit an den Märkten war, wie in allen Bereichen. Aber dann hat man schnell die Besungen wieder gefunden und gemerkt, oh, es ist ja trotzdem durch Corona jetzt nicht unbedingt schlecht, sondern eher förderlich für die Videogaming-Industrie. Anfang des Jahres ist es dann ein Stück zurückgegangen. Hat man auch gesehen, weil hier wahrscheinlich wieder ein bisschen Unsicherheit herrscht, ob jetzt ein Lockdown verlängert wird, ob er nicht verlängert wird. Ob sich da vielleicht wieder was dreht. Grundsätzlich so oder so ein sehr interessantes Geschäftsmodell. Schauen wir mal in die Zusammensetzung, also konkret in die Branchen rein. Dort muss ich mal kurz rauszoomen. Sind wir... Ich habe es ja tatsächlich gar nicht in den Branchen. Dann sage ich es euch einfach so an. Die Kommunikation sind wir bei 76%. Die IT-Branche sind wir bei 21%. Und nicht Basiskonsum, wieder sind wir bei 3%. Hier ist natürlich die Frage, was man wie einschätzt. Also was genau ist die Kommunikationsbranche? Was genau ist die IT-Branche? Wo hört das eine auf? Wo fängt das andere an? Grundsätzlich geht es ja, wie gesagt, hauptsächlich um die Videospiele. Das ist eher der IT-lastige Bereich. Und um E-Sports, der halt über Plattformen wie Twitch zum Beispiel gestreamt wird. Oder generell über Kommunikationsmedien nach draußen verbreitet wird. Und das ist halt dann im Endeffekt die Kommunikationsbranche. Die Lernverteilung habe ich wieder hier. Dort sind wir bei den USA mit 35% oder knapp 36% dabei. Wieder eine leichte Übergewichtung für Amerika, aber relativ human. Also es ist jetzt keine starke Übergewichtung von den USA. China und Japan, sehr interessant, sind durchgefolgt. Mit 23% China und 20% Japan ist natürlich ein großes Indiz dafür, dass in den östlichen Ländern oder in den fernöstlichen Ländern mittlerweile das ganze Thema E-Sport eher zu einer Kultur geworden ist. Und deswegen auch sehr stark in die Wirtschaft integriert ist. Deswegen werden dort auch massive Umsätze damit gefördert. Und auch diese ganze Industrie ist halt auf einem ganz anderen Level als in diesen westlichen Ländern, weil es halt einfach Teil der Kultur geworden ist. Man sieht es auch Taiwan, Südkorea. Da sind noch zwei größere Positionen dabei, die auch aus diesen östlichen Ländern kommen, die es halt extrem fördern. Wenn diese Welle wirklich mal in die westlichen Länder schwappt und dort stärker vertreten ist, dann kann es natürlich noch zu einem extrem starken Umsatzpotenzial führen oder generell zu einem extrem starken Wachstumspotenzial in den nächsten Jahren. Ansonsten Deutschland vermisse ich auch hier wieder, obwohl mittlerweile 35 Millionen Deutsche wenigstens mal Bewirkungspunkte mit dem ganzen Bereich hatten, laut einer Umfrage. Von daher sollte man vielleicht auch dieses ganze Thema vielleicht mal in einem deutschen Unternehmen fördern. Aber hier ist auch wieder das Problem, dass es kulturell in Deutschland eher nicht so an der Tagesordnung ist wie halt in diesen östlichen Ländern. Dann kommen wir mal zu den Top Holdings. Dort sind wir ganz vorn mit Tencent dabei mit 8,45 Prozent, also eine relativ starke Gewichtung. Ist vielleicht nicht jedem ein Begriff, aber es ist ein sehr interessantes Unternehmen, einfach weil es erstmal in China sitzt und selbst ein breit gestreutes Portfolio hat. Also es gibt einen Instant Messenger, Tencent QQ. Der hat jetzt nichts mit Gaming zu tun, aber ist eine ganz interessante Sache, weil es auf der QQ.com-Seite müsste das sein, halt diesen Messenger gibt und der halt auch wieder in diesen östlichen Ländern ist. Und insgesamt weltweit ist diese QQ.com-Internetseite Platz 5 der meistbesuchten Websites überhaupt noch, vor Google und vor Amazon. Was halt ja erstmal zeigt, was diese Menge an Menschen im Osten wirklich für einen Einfluss halt auf die Gesamtwirtschaft hat, auch wenn man es vielleicht nicht immer auf dem Schirm hat. Ansonsten das viel Interessantere oder viel Themenzugehörigere von der ganzen Tencent Holding ist, dass sie halt viele Beteiligungen hat. Unter anderem 100 Prozent von Riot Games gehören ihr. League of Legends ist vielleicht einigen Begriff. Ist das Spiel, was Riot Games halt sozusagen bekannt oder berühmt gemacht hat. Epic Games ist mit 45 Prozent dort dabei. Das ist das Spiel Fortnite, was dahinter steht, was wahrscheinlich die meisten kennen. Und auch Riesen wie Activision Blizzard und Ubisoft. Die mit jeweils 5 Prozent sind dort auch in dem Portfolio mit drin. Activision Blizzard, Call of Duty, World of Warcraft, das sagt wahrscheinlich vielen was. Und Ubisoft Assassin's Creed ist dort ein Vertreter. Also auf jeden Fall ein sehr breites Portfolio und ein sehr interessantes Unternehmen, meiner Meinung nach. Auf Platz 2 ist die Nvidia Corp. Auch recht interessant. ist aus Kalifornien und sagt wahrscheinlich auch vielen was. Ist mittlerweile eine der größten Entwicklungen von Grafikprozessoren. Ist eigentlich mit AMD zusammen der Marktführer oder sind die beiden Marktführer in dem ganzen Bereich. Bei Nvidia ist natürlich noch das Interessante, dass die keine eigene Produktion haben. Das heißt, die sourcen das alles aus und konzentrieren sich wirklich nur auf die Entwicklung von den Grafikchips, von den Schnittstellen, die da stattfinden müssen und so weiter und so fort. Also die investieren so gut wie alles wirklich in die Entwicklung, dass die dort halt möglichst schnell vorankommen, was sich natürlich auch in der Marktführerschaft ein Stück weit widerspiegelt. Der Konkurrent AMD ist natürlich auch mit in dem Portfolio dabei mit 6,15%. Auf Platz 3 ist eine wahrscheinlich eher unbekanntere Firma, ist die WilliWilli Inc. Das ist aus Shanghai ein Unternehmen und ist eigentlich ursprünglich eine Video-Streaming-Plattform. mittlerweile Video-Sharing-Website, Entschuldigung, die Video-Streaming-Plattform ist es erst später geworden. Das westliche Äquivalent dazu ist Twitch. Das kennen wahrscheinlich viele, die ganzen Twitch-Streamer, die halt zum Beispiel auch ihre E-Sports-Events online streamen und allen zur Verfügung stellen, wo man halt online zuschauen kann. Das ist die WilliWilli Inc. halt im Osten, um es einfach zu sagen. Und auch, das ist interessant, Platz 64 der am meisten besuchten Websites der Welt. Also auch hier, ja, doch schon noch relativ weit vorn dabei, würde ich sagen. Wenn dir das Video bisher gefallen hat, dann lass mir auch gerne übrigens ein Like und ein Abo da, damit ich halt weiß, dass ich den Content genauso weitermachen kann und dass es dir auch gefällt. Jetzt gehen wir als nächstes mal in die Basisdaten rein. Und zwar schauen wir da hier mal rüber. Die Auflage des ETFs hat stattgefunden am 24. Juni 2019. Mittlerweile ist ein Fondsvolumen von 1,1 Milliarden US-Dollar, also, ja, auch auf jeden Fall ein ordentliches Schlachtschiff, einer der größeren ETFs und könnte natürlich auch daher rühren, dass es der erste in diesem Bereich ist. Also das ganze Gaming-Thema an sich hat noch niemand großartig weiter aufgegriffen. Also nicht so direkt. Die Gesamtkostenquote mit 0,55% ist in einem guten Mittelfeld. Replikation ist physisch und vollständig. Also die Aktien, die in dem Index sind, sind auch 1 zu 1 in dem ETF mit drin. Es gibt ein vierteljährliches Rebalancing, dass halt dieser, dass der ETF wieder dem Index angeglichen wird und dass keines der Unternehmen irgendwie eine extreme Übergewichtung hat oder eine Untergewichtung oder irgendwo hinten runterrutscht. Ansonsten ist er thesaurierend, also es gibt keine Ausschüttungen auch hier. Auch wieder wird sich wahrscheinlich generell mit der Strategie decken, weil jemand, der in Gaming investiert ist, wahrscheinlich eher an einer Growth-Strategie interessiert, also an einer starken Wachstumsbranche und normalerweise ist es da auch immer sinnvoller, die Dividenden automatisch wieder anzulegen, wenn es dann welche gibt und nicht halt ausschütten zu lassen. Basiswährung ist der US-Dollar und Position sind insgesamt 25% in dem ETF, was natürlich schon sehr wenig ist, hat natürlich einen Vorteil und einen Nachteil. Der Nachteil ist, dass es halt einfach wenige Positionen sind und die Streuung halt sehr gering ist. Der Vorteil ist, wenn man sich wirklich mit dem Thema Gaming auseinandersetzt und wirklich in dieses Thema spitz investieren will, dann hat man natürlich dort ja die größten Marktteilnehmer in dem ganzen Bereich und kann direkt in die investieren, ohne dass man da noch irgendwelche anderen 100 Unternehmen mit hinten dran hat, die vielleicht nur stören. Also das muss jeder für sich selber entscheiden, ob das halt eine gute oder eine schlechte Sache ist. Ich persönlich finde es für eine spezielle Angehungsweise sehr gut und unterstützend. Ansonsten habe ich gerade gesagt, dass das der erste ETF dieser Art war. Es gibt mittlerweile den Global X Video Games and E-Sports ETF. Der hat aber nur eine Marktkapitalisierung von 8 Millionen Euro oder US-Dollar. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist das noch nicht viel. Es wurde erst auch im Dezember letzten Jahres aufgelegt, ist quasi der erste Konkurrent auch wirklich zu diesem ETF. Bleibt natürlich abzuwarten, ob es dort jetzt nochmal einen großen Boom gibt und die Leute dort auch noch rein investieren oder ob sie dann eher bei dem Wennig ETF bleiben, wie es aktuell zu sein scheint, weil vier Monate, fast fünf Monate ist der andere schon am Markt und es ist jetzt noch nicht allzu viel passiert. Könnte sein, dass er wieder liquidiert wird. Die Sparpläne können hier wie gewohnt bei Scalable Capital gemacht werden. Comdirect, Flatex, ING und die 1822 direkt, da kann man kostenlos investieren. Smart Broker, Konsolbank sind auch wieder dabei. Wer hier rausfällt, ist wieder mal Trade Republic, wie es meistens ist, wenn es kein iShares-Fonds ist oder ETF ist. Ja, aber ich denke, hier hat man trotzdem noch eine große Auswahl und mit Scalable Capital kann man das, denke ich, ganz gut kostenlos mit investieren. Zusammenfassend selbst lässt sich also sagen zu dem ETF, dass die Zukunft in dem Bereich augenscheinlich erstmal in China liegt, hat natürlich auch den Nachteil, dass dort ein gewisses politisches Risiko herrscht. Also in China ist ja eine andere Politik als in den westlichen Ländern, was auch nicht mit so freien Märkten, wie wir sie hier kennen, in Verbindung steht und dort muss man sich halt im Klaren drüber sein, dass dort durch bestimmte Sanktionen oder sonstiges die Unternehmen auch geschädigt werden können, alleine durch eine Entscheidung von der Politik. Gerade da die größten Positionen halt aus diesen östlichen Ländern kommen, muss das einfach mit auf dem Schirm sein und ja, man muss das Risiko gegebenenfalls mit abwägen. Ansonsten hat die Branche natürlich ein extremes Wachstumspotenzial, besonders wenn sie von China auch in die westlichen Länder rüberschwappt, da wird auch dieses politische Risiko wahrscheinlich ein Stück weit geringer. Das mit den 25 Positionen hatte ich gerade schon angesprochen, es kann sowohl Fluch als auch Segen sein, je nachdem, wie deine persönliche Strategie ist und du musst dann halt selbst wissen, ob es zu deiner Strategie passt oder nicht. Wir haben auch gesehen, dass der ETF sehr von Corona profitiert hat, ob dieses extreme Wachstum dann gleich stark weitergeht, sobald der Lockdown wirklich mal vorbei ist, bleibt natürlich abzuwarten. Grundsätzlich ist es aber über die letzten zehn Jahre so gewesen, dass diese Gaming-Industrie sehr stark an Zulauf gewonnen hat und das wird ja in der Regel nicht von heute auf morgen abbrechen, also auch dort ist halt noch viel Potenzial nach oben dabei. Deutschland muss in dem Bereich natürlich weiter nachziehen, das ist aber eher eine persönliche Meinung, ich meine, es gibt 35 Millionen Menschen in Deutschland, die nachweislich solche Inhalte konsumieren, warum sollte es dann niemanden geben, der sich auch in Deutschland auf die Produktion von Videospielen in Weltformat sage ich mal konzentriert, also dort könnte man auf jeden Fall von der deutschen Seite noch einiges nachholen. Ansonsten hier vielleicht noch ein kurzer Abriss, für wen das geeignet sein könnte, also man sollte schon einen Anlagehorizont von fünf bis zehn Jahren haben, eben weil halt wenig Positionen in dem ETF drin sind und weil es halt so eine spitze Gewichtung ist. Das heißt jetzt nicht, dass es, ja, dass man nicht unter den fünf Jahren ans Geld ran kann und das auf jeden Fall verbrannt ist und unter den fünf Jahren, aber die Schwankungen sind natürlich ein bisschen größer als bei einem ETF, der auf tausend Unternehmen gestreut ist. Außerdem muss man natürlich überprüfen, ob es vielleicht Überschneidungen gibt im Portfolio, weil hier wie gesagt auch die Halbleiterbranche ein Stück weit mit dabei ist, die Hardwareherstellung, aber auch die IT-Branche oder die Technologiebranche generell, weil es hier halt um die Softwareentwicklung geht. Also wenn das Portfolio, das du hast, schon sehr in diesem Bereich unterwegs ist, dann führt das vielleicht zu einer sehr starken Übergewichtung und du solltest nochmal überlegen, ob du den ETF noch mit zusätzlich reinnimmst. Außerdem musst du natürlich unterscheiden zwischen Hobby und Investment, nur weil jemand gerne Videospiele konsumiert, ist es ja nicht automatisch so, dass das auch für dich das passende Investment ist. Das musst du ein Stück weit unterscheiden und auch rational betrachten und du musst natürlich im Klaren sein, dass nicht jedes Videospiel in irgendeiner Form dort in dem ETF vertreten ist, weil auch nicht jedes Spiel oder jeder Publisher oder Herausgeber von einem Spiel, der halt wirklich Börsengelistet ist, genauso wenig wie Entwickler von Hardware immer Börsengelistet sind. Das musst du dann gegebenenfalls nochmal im Detail prüfen, ob das, was du dir vorstellst, auch wirklich mit drin enthalten ist und dass das auch vom Prinzip her so passt, sage ich mal. Das soll es dazu gewesen sein, was hältst du denn von diesem ETF? Schreib es mir mal gerne in die Kommentare, ist das eher was für Gamer oder ist das auch was für rationale Investoren? Ich bin gespannt auf dein Feedback und deine Meinung dazu und wenn du noch andere interessante ETF-Analysen haben willst, dann schau gerne mal auf meinem Kanal vorbei, dort sind noch einige zu finden und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin.